Alles gut abtarnen und dann am Ende mit einem schwarzen Gewehr rumrennen, macht wenig Sinn, oder? Eine Möglichkeit ist, ihr holt euch ein Gewehr, das nicht schwarz ist. Oder ihr nehmt euer schwarzes Gewehr und sprüht es an. Oder ihr schnappt euch ein sogenanntes Camo Cover. Keine Sprühkünste benötigt, ihr verschandelt euer Gewehr nicht für immer, 3D-Leaves verstecken die Silhouette besser als ein Paintjob und ihr könnt jederzeit flexibel das Camo Cover ändern.